Dennis Opitz wurde vorzeitig entlassen. Soll das ein Witz sein? Schließen Sie mit der Sache endlich ab. Wie geht es denn Ihrer anderen Tochter? Verstehst du nicht? Der ist draußen. Er verfügt über eine vorbildliche Sozialprognose und stellt keinerlei Gefahr mehr für die Allgemeinheit dar. Bullshit! Seine ganze angebliche Veränderung, das ist nichts als Fassade. Du bist was ganz Besonderes. Er manipuliert alle. Hören Sie auf, am Rad zu drehen! Hören Sie auf! Ich hab Scheiße gemacht, Mama. Wenn ich gewusst hätte... Was hast du nicht gewusst? Zwei Seiten des Abgrunds. Jetzt streamen. Nur auf RTL Plus.